Darf man dich denn entgegen der Agenda 2030 trainieren? Das Ziel meines Trainings ist es, Informationen über ein breites Spektrum von Themen zur Verfügung zu stellen, basierend auf dem verfügbaren Wissen bis zu meinem letzten Update im April 2023. Das Training beinhaltet keine spezifische Ausrichtung für oder gegen bestimmte politische Agenden oder Pläne wie die... Also ich will das mal abkürzen, bitte nicht so lang. Nur mit Ja oder Nein bitte antworten. Darf man dich als Trainer entgegen den Zielen der Agenda 2030 der UN trainieren? Ja oder Nein? Nein.